Einen wunderschönen guten Morgen, Manu. Hallo! Hi, ich hoffe, du hast unseren Kandidaten Nummer 3 bei dir. Ja, der steht hier, das ist der Matthias, den ich eben noch schnell aus dem Bett rausgeklingelt habe. Er meinte, ich bin gleich da, ich bin gleich da, ich muss mich noch schnell anziehen und hier ist er. Hallo Matthias! Schönen guten Morgen, Manu. Schönen guten Morgen, Nachmittagsnick. Matthias, so früh, so wach und ganz sicher dabei bei die Hand am Colt. Wie geht's dir damit? Ja, also so früh auf jeden Fall, so wach auf keinen Fall, dabei auf jeden Fall bei der Hand am Colt. Und ja, nachher erstmal was frühstücken, was trinken und hoffentlich nicht so spät ins Bett gehen, um dann ausgeschlafen zu sein für die Hand am Colt. Ich merke das schon, du nimmst das ja alles ganz locker. Na ja, also locker ist jetzt anders, aber so müde wie ich heute noch bin, kann ich den Ernst der Lage vielleicht auch im Moment noch nicht so ganz fassen. Bin mir auch meines Glückes noch nicht so ganz bewusst, dass der Nachmittagsnick jetzt vor meiner Tür stand. Ich freue mich aber riesig auf die Challenge und werde auf jeden Fall nicht loslassen. Was denkst du, warum wirst du gewinnen? Wenn ich mir einmal was in den Kopf gesetzt habe, dann muss es klappen und der Nachmittagsnick hat mich jetzt besucht. Ich freue mich riesig und das Ding wird nicht mehr losgelassen. Matthias, ich muss sagen, ich bin ein bisschen begeistert von dir. Obwohl du so müde bist, machst du echt einen ehrgeizigen Eindruck. Das finde ich schon mal so ein kriegerischer Wille in dir, hm? Ja, also ohne Willen wird es ja nichts und wer nachlässt, der schafft es nicht und wer dann einschläft, hat Pech gehabt. Gut, dann geht ihr zwei Hübschen mal einen Kaffee trinken, Nachmittagsnick und Matthias unser Kandidat 3 für die Hand am Colt. Machen wir und im Übrigen, das kann ich auch noch anmerken, Matthias ist übrigens ein germanischer Gott des Krieges gewesen. Also es haut wirklich hin. Siehst du, so läuft das. Selbstverständlich. Also Manu, wir gehen jetzt ein Käschchen trinken, macht bitte noch eine schöne Sendung und wir sehen uns ja dann nachher wieder. Bis gleich, tschüssi. Tschüssi. Tschüss.